Musik Joa Leute, moin moin die Pfeiler hier. Willkommen zum neuen Video von mir. Beziehungsweise zu einem kleinen Real Talk und ja Statement von meiner Meinung zu BlizzCon 2019. Im Vorfeld haben mich einige Leute gefragt ob ich irgendwie einen Event Stream oder so dazu machen möchte. Und unabhängig davon, dass ich das Bildmaterial und so weiter hätte ich gar nicht übertragen dürfen. Hätte ich mir quasi nur gemeinsam mit euch angucken können und dann immer so meine Meinung dazu abgeben können. Unabhängig davon habe ich auch im Vorfeld relativ wenig Bock drauf gehabt da irgendwie so ein Event drauf zu machen. Weil mein Content geht halt hauptsächlich um WoW Classic. Mir war ehrlich gesagt und vornherein klar, dass da nicht viel zu WoW Classic kommen wird. Jetzt haben wir quasi die BlizzCon gehabt und ja, wir haben im Grunde genommen Phase 2 angekündigt. Am 12. November glaube ich. Den Starttermin finde ich okay. Man hätte auch noch eine Woche warten können, aber absolut okay finde ich. Ich freue mich auf jeden Fall dass ich dann auch hier mit dem Shurken eine richtig schöne World PvP machen kann und vielleicht auch ein bisschen ranken werde. Mal gucken. Aber ja, unabhängig davon in Bezug auf WoW Classic haben wir eigentlich gar nichts mehr gehört auf der BlizzCon und da möchte ich heute ein bisschen drüber sprechen weil ich es einfach ein bisschen schade finde. Weil ich es einfach ein bisschen schade finde. Denn man muss sich einfach mal anschauen ich habe von einigen gehört dass sich zum Beispiel auch der Aktienwert von Activision allein durch WoW Classic um 4% gesteigert hätte. Und eine Firma kann anscheinend solche Werte einfach nicht ignorieren. Das heißt, sie werden safe intern sich schon richtige Gedanken machen wie es mit Classic weitergeht und ich glaube auch dass innerhalb von Blizzard sich immer mehr Leute darüber im Klaren werden wie wichtig Classic wahrscheinlich noch werden wird im Verlauf des nächsten Jahres für Blizzard. Und wenn ich das wirklich höre Retail-Gilden wandern zu Classic ab Retail-Spieler sind angepisst weil sie keine Spielkumpaden quasi in-game mehr finden und so weiter und so fort. Und dann einfach nur Classic auf der BlizzCon in so einem Nebensatz mehr oder weniger zu erwähnen ja, auch dann haben wir auch noch WoW Classic gebracht für unsere alten Fans so eine Art so als nette kleine Geste wird die ganze Geschichte abgestempelt. Und obwohl ich das so erwartet habe dass es so kommen wird weil alles andere wäre dämlich da komme ich gleich noch zu finde ich schon ein bisschen schade. Ja, weil letztendlich ich weiß nicht wie viel Kohle wie viele neue Abos durch Classic wieder entstanden sind es werden extrem viele gewesen sein ich meine schauen wir uns mal den Andrang allein auf den deutschen bis wir aber an anderem anfangen sollte irgendwie ein deutscher Server kommen oder zwei jetzt haben wir irgendwie zehn oder so keine Ahnung oder acht und auch alle anderen Classic Server sind eigentlich rappelvoll letztendlich und weiß nicht ich finde es so ein bisschen schade dass es hier so unter den Fisch gekehrt wird auf der einen Seite auf der anderen Seite habe ich halt genau das erwartet vom Blizzard weil es natürlich ja für eine Firma total lächerlich wäre wenn so ein Remake auf einmal auch so eine Fette Aufmerksamkeit auch auf ihre eigenen Messe bekommt denn das würde ja auch so die Relevanz von dem aktuellen WoW hätte untermauern einfach wenn sie das machen würden von daher habe ich mir schon gedacht dass sie diese Taktik fahren werden von wegen ja Classic ist gekommen Phase 2 und jetzt kommt aber Shadowlands die große Neuerweiterung und warum ist es clever von Blizzard dass sie hier keine weiteren Infos in Bezug auf Classic sagen ich denke mir einfach weil sie sich jetzt quasi so lange wie möglich offen lassen wollen wie es mit Classic weitergeht sie wollen einfach erstmal schauen okay wie kommt der Content an im Grunde genommen wie können wir überhaupt ein Legacy Game in dem Sinne mit den Servern und so weiter managen wie wollen wir das langfristig handhaben wie viele Leute brauchen wir dafür wie viele Kosten kommen auf uns zu und so weiter und deswegen glaube ich werden sie ganz in Ruhe im Laufe des nächsten Jahres schauen bringen wir Burning Crusade bringen wir WOTLK oder bringen wir wirklich mehr Content für WoW Classic und deswegen war es für mich absolut und von herein klar da werden keine weiteren Infos zu kommen und das war halt dann auch so und deswegen bin ich jetzt auch nicht irgendwie möglich dass ich dafür keinen nicht extra einen Stream oder so gemacht habe weil ich es wirklich vermutet habe dass es halt einfach um viele andere Dinge gehen wird auch für Blizzcon aber nicht um WoW Classic genau kommen wir nochmal zu den anderen Dingen WoW geht weiter Shadowlands kommt ich habe wie gesagt die Cinematic gesehen mit Sylvanas und so weiter ja fand ich echt gut gemacht eigentlich ich finde auch generell die Idee dass man das Level Cap wieder auf 60 senkt die Klassenidentitäten zurückbringt und was sie alles noch so schön gesagt haben was man quasi sich auch ein bisschen zu den Wurzeln zurückbesinnen möchte von WoW finde ich gut das gleiche Konzept ist ja auch haben sie ja auch bei Diablo 4 da kommen wir auch gleich noch zu quasi angewandt aber ganz ehrlich Leute ich muss euch sagen am Ende des Tages so schaue ich mir das Spiel an wenn es da ist ja also ich bin nicht der Typ da wurde ich einfach von Blizzard schon zu oft enttäuscht und solche Sachen wir haben schon vor drei Jahren gesagt jetzt wird alles wieder geil irgendwie von daher ich werde wenn das Game kommt ein bisschen in Ruhe anschauen und ich vermute wahrscheinlich leider wird es wieder Crap sein ganz ehrlich ja muss ich offen so sagen ich glaube nicht dass sie das so auf das Niveau bringen werden wie ich mir das vorstelle aber wer weiß wer weiß aber deswegen halte ich mich da so in meiner Euphorie zurück und sage einfach wenn das Game da ist schaue ich es mir an und wenn es mir gefällt spiele ich es und wenn nicht dann nicht also wirklich weil die ganzen Leute gerade wieder so ja Shadowlands alles wird wieder geil und so weiter tut mir leid da bin ich noch ich warte einfach ab bringt mir nichts wenn ich mich jetzt freue und dann am Ende wieder enttäuscht werde Diablo 4 Diablo 4 Ankündigung also die Cinematic fand ich geil ja auf jeden Fall aber auch mit Diablo 4 wenn ich mir die Gameplay Szenarien angeschaut habe sehr viel Ähnlichkeit mit Diablo 3 finde ich und Diablo 2 damals habe ich extrem gefeiert es geht wieder in die Richtung auf jeden Fall freue ich mich drauf aber auch hier wird wieder entscheidend sein wie wird das Spiel am Ende aufgebaut sein mit wie viel Liebe wirklich ist das Spiel aufgebaut und wenn mich das nicht abholen wird dann wird es mich nicht abholen und auch hier sage ich ich freue mich drauf aber genaueres wird man sehen wenn man das Spiel dann spielt und eben noch nicht vorher ja dann kamen noch ein paar andere Sachen Overwatch irgendwie interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht das Spiel Hearthstone neue Season ist auch für mich komplett am Arsch das Game mittlerweile mit den endlosen Karten und so weiter ganz ehrlich bevor wir jetzt quasi noch achso und dann die ganzen anderen Events Arena Turnier ist irgendwie auch interessiert gefühlt keine Sau mehr irgendwelche komischen Teams die auch keiner mehr kennt Mystic Dungeon das interessiert mich das interessiert mich einfach alles nicht ist einfach alles so unrelevant und irgendwie einfach alles keine Ahnung es interessiert keine Sau einfach tut mir leid aber es ist einfach so und deswegen habe ich auch die BlizzCon jetzt überhaupt nicht verfolgt in dem Sinne ich glaube auch ganz ehrlich es wird sicherlich noch einige Leute interessieren einige Leute werden sich vielleicht auch jetzt irgendwie angegriffen fühlen durch das Video hier aber das ist einfach nur meine Meinung da werden sich noch einige für interessieren aber wenn Blizzard so weitermacht dann wird das Interesse für diese ganzen Geschichten immer weiter sinken also ganz ehrlich ich kann mich mit diesen ganzen Arena Turnieren Musik Raid Dungeon Events und so weiter kann ich mich halt einfach überhaupt nicht identifizieren ich weiß ich kenne weder die Leute noch weiß ich was sie da machen noch finde ich auch gerade das PvP Arena PvP in der aktuellen WoW Version einfach todeslangweilig und ja das ist einfach der Punkt warum ich letztendlich diese Events auf der BlizzCon gar nicht mehr verfolgt habe dann der letzte Punkt den ich heute ansprechen möchte und damit komme ich dann auch zu meinem Fazit von der BlizzCon ich glaube hier wurde natürlich taktisch wurden Infos zu Classic zurückgehalten Classic bietet unglaublich viele Möglichkeiten für einen Neuanfang von WoW aber auch von Blizzard generell auch Diablo 4 bietet ähnliche Möglichkeiten da wird man halt schauen was kommen wird aber letztendlich ist es so symptomatisch für die komplette Gaming-Industrie die gerade merkt ey wir können den Leuten nicht einfach nur irgendeinen Scheiß verkaufen da muss wirklich was hinterstehen hinter dem Spiel also da muss wirklich Materie hinterstehen da muss eine richtige Lore hinterstehen da müssen sich Leute wirklich Monate, Jahre lang von mir aus Gedanken gemacht haben wie wir dieses Spiel aufbauen und nicht einfach irgendwelche Expansions rausballern irgendwelche Free-to-Play Sachen und Geschichten und irgendwelche lustigen Dinge und so weiter sondern die Leute wollen epische geile Abenteuer erleben und hier komme ich auch zu meinem finalen Punkt von dem Video Blizzard braucht wieder ein neues Spiel ja es ist alles schön und gut Diablo 4 wird vielleicht cool WoW die neue Erweiterung wird vielleicht cool Classic auch selbst Classic hat viele Möglichkeiten wird vielleicht auch sehr geil aber ganz ehrlich warum kommt nicht einfach mal ein neues Spiel ein komplett neues Spiel ich glaube das ist so das Einzige was ich mir wirklich wirklich von Blizzard wünschen würde natürlich weil ich sehr gerne Rollenspiele und MMOs spiele würde ich mich über ein neues MMO mega freuen einfach mal irgendwie die Eier haben ein komplett neues Spiel zu machen es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile auch von der Hardware her man kann den Leuten viel mehr anbieten und das finde ich einfach fehlt mal so richtig innovative Dinge einfach nicht immer nur die ganzen alten Sachen aufwärmen und die Leute quasi ja so damit bei der Stange halten irgendwie so das ist so dieses Feeling so dieses bei der Stange halten und ich will nicht loslassen so eine Art kommt mir das vor Blizzard von den alten Konzepten irgendwie und wenn sie das aber weiterhin so machen werden dann werden sie glaubt mir langfristig von neueren Firmen einfach überrannt die innovativ sind die sich neue Sachen trauen und die neue Dinge ausprobieren und das ist einfach generell so ein Ding was mir nicht nur bei Blizzard muss man auch sagen bei vielen älteren Entwicklern und so weiter vielen Spiele Studios fehlt einfach so innovative neue coole Ideen ja Leute das war meine Reaction meine Meinung zu BlizzCon 2019 wie gesagt ich spiele immer noch mega gerne Classic wir werden auch hier safe noch Content haben ich würde mich sehr über neuen Content in WoW Classic freuen aber es war mir halt wie gesagt klar dass auf dieser BlizzCon in diesem ganzen Thema nicht viel kommen wird weil man sich sonst einfach selber quasi ja an Beinen stellen würde mehr oder weniger mit den anderen Dingen mit den anderen Dingen die man halt eben ja ankündigen wollte so Leute und jetzt sagt mir gerne mal in den Kommentaren eure Meinung zu BlizzCon 2019 seht ihr es ähnlich wie ich viele wahrscheinlich nicht ist aber auch dann logisch jeder hat eine eigene Meinung meine Meinung sehr realistisch finde ich nicht unbedingt negativ ich bin einfach nur Realist was die Geschichte angeht ich glaube hier wurde einfach viel aufgewärmt und ich würde mir mehr Innovation wünschen und schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in dem Sinn das war meine Meinung zu BlizzCon einige hatten halt gefragt und ja ich bin immer noch richtig fett im Classic Game drin wir werden jetzt diese Woche das erste Mal unser Duellturnier veranstalten da werden wir quasi ja verschiedene Leute von unseren Gilden werden da in einem Turnier antreten und ich meinte ihr müsst euch einfach mal das überlegen diese Duellturniere innerhalb von VW Classic von Asmund Gold von Tips Out Baby haben zum Teil in der Beta Hunderttausende von Leuten zum Zuschauen animiert irgendwie die wurden auch das World First Rennen in Classic und so weiter ist mega viral gegangen ich meine da muss doch mal einfach bei Blizzard jemand realisieren und das auch anerkennen die Leute authentische Inhalte haben wollen wo sie mitmachen können wo wirklich Massenschlachten entstehen wo riesige geile Kämpfe sind wo die Leute aktiv irgendwas mitmachen können und nicht instanziert sind und miteinander und quasi dieses Miteinander dieses Community Feeling zerstört wird durch irgendwelche Crossrealm Geschichten durch irgendwelche Sachen die diese Immersion und dieses Feeling in dem Game zerstören das muss man doch mal raffen wenn diese ganzen Events die in VW Classic stattfinden und die ja auch jetzt noch richtig also noch viel viel größer werden ich bin mal also das Duellturnier von Asmund Gold wo ja eine gigantische Preissumme jetzt auch schon kommen werden wird wahrscheinlich dermaßen viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen also da muss doch mal jemand realisieren dass das die Zukunft von VOW und auch generell von Blizzard sein sollte dass man quasi den Fokus wieder auf die Community legt und auf die Leute die wirklich mit Leidenschaft Bock auf die ganze Scheiße haben und nicht irgendwelche komischen Inhalte und ja Spielmechanismen die dazu führen dass die Leute nicht mehr zusammenspielen können sondern voneinander getrennt werden und eben nicht so ein geiles Community Feeling entsteht und das würde ich mir einmal auch wünschen für die Zukunft von VOW und auch für die zukünftige Entwicklung von allen anderen Spielen die sie so machen man muss doch einfach nur die Leute zusammenführen die Leute müssen sozial miteinander in Kontakt stehen und das muss so einfach wie möglich gehen und das muss einfach nur geschaffen werden und dann ist es fast schon egal was die Inhalte sein werden und das muss man sich einfach vor Augen halten ja und das versucht man wie gesagt mit unseren Duellturnieren auch in VOW Classic ja einfach am Leben zu halten ein Teil von der Community zu sein und eben den Leuten damit coole Sachen zu liefern und das wird eventuell dann auch mal serverweit kommen auf Patchwork deutschen PvP Server Patchwork also könnt ihr auch gerne am Donnerstag um 18 Uhr mal vorbeischauen das wird dann live auf Twitch übertragen und in dem Sinne Leute bis zum nächsten Video Ciao Ciao und da bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020